Und die Fahrerkabine sieht anders. Und dann sind die Fenster und sind so langgezogen, ne? Im Fotograd kam das Fenster. Da ist ein Auto-Weiß. Ja, ja. Ja, mit Kuma. Ja, und ein Grün. Und Sichtschirm und zwei. Wo ist das? Ja, das ist ein Grün-Weiß. Wenn da Hannover spielt, dann ist das Grün. Und dann ist das Grün. Wenn du von Norden haben, dann ist es schwarz. Genau. Dann fahren wir ohne Licht. Wo willst du? München finanziert das nicht. Und wenn Bayern gewählt, dann ist Hannover. Blinkt Blau-Weiß und Rot. Das ist doof. Wir müssen immer ausschreiten. Ich bin schon besonnen. Ich bin schon besonnen. Ich muss nicht aufschreiten aus der Karline. Guck, nur ruhig auf die Fahrt. Das ist toll, ne? Das ist toll, ne? Das gehen wir zuerst gar nicht alles. Das ist ein tolles Kandaf. Hm. Papa, du rachierst doch mal meinen Sitz. Ja, zeig mal drauf. Ja, es ist so. Ja, was denn ist so? Was ist denn so lange da noch? Die nehmen wir an, dass es hier ist. Und was ist noch anders? Es gibt Lichtstrahlen. Die Anzeigen auf die Türen. Ist das so? Ja. Wenn sie grün leuchten, kann man es rein. Wenn sie rot leuchten, sind sie noch verriegelt. Entschuldigung. Guck mal, alle zu mir. Genau so. Guck mal, ist mir runtergefallen. Spiderman. Markthalle, Landtag. Ja, ich habe am Dienstag, glaube ich, das Winter gezeigt. Dann habe ich erst mal mit Tesaband zugemacht. Das ist immer das, was ich kümmern muss für euch. Was denn? Ja, da kannst du ganz blöd Fotos machen. Weil du musst hier das Tesaband nur zur Seite halten. Papa. Was ist denn hier? Ganz leise, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Supergeil. 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 Wir sind jetzt hier abhängig. Und dann zeigst du gleich über all diese supergeilen Video von Erika. Ja. Ich habe nur noch ein bisschen geguckt. Ich würde auch gehen. Nun weiß ich euch, das ist jetzt nur bei ganz kurz. Ich habe eine Frage. Also die wir jetzt wirklich. Nein, nein, nein. Wir fotografierst du all das da oben? Ja. Ich habe eine Frage. Dann nehmen wir auch weiter. Warte, ich wetze doch. Als Video? Ja. Das war ganz längst. Jetzt nimmst du auf. Danke dir! Warte nur, Achtung! Türen öffnen links. Sie wollten letztens mit uns mitkommen. Da waren sie mit der Oma unterwegs im Kindergarten. Ja, wisst ihr die an? Wir haben unseren Spielplatz. Oh mein, wir haben unseren Spielplatz! Wir haben gestern da geholt. Guck mal, wie voll die ist! Guck mal, die Anzeigen springen rum. Überall ist die Hauptbahnhof. Vielleicht ist das ja auch ein 9er. Nein, da drüben steht's auch und da steht's auch. Und da stehen keine Wagenanzeigen. Hallo! Die ist jetzt rot, weil wir nicht mehr einsteigen. Genau, genau. Die fährt in die andere Richtung. Hallo! 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 Wo ist noch mal die letzte Situation? Na, gib her, Juli! Bevor es noch mal runterfällt, willst du den noch mal angucken? Ja, ich will! Ja, ich will! Von der Entzettung, ne? Was meinst du, dass keiner's machen kann? Das muss ich gar nicht fass, noch fass! Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja keinen gewusst. Ja, genau. Hopp. Ich habe jetzt ja zwei Artes. Da habe ich das jetzt gemacht, was du mit vielen Fingern auftun. Das ist sicher alles gar nicht. Was für ein Fan. Ja, danke. Danke, Junge. Okay. Tschüss, viel Spaß. So. Da gehe ich auf den hier, wo ich den Platz habe. Ja. Also, ich muss erst ganz am Ende wieder umstecken und fahren. Das ist eine Zeitung. Das ist eine Zeitung. Ich habe das nicht gewusst. Äh, doch, könntest du ja machen. Zwei Reiche, oder? Zwei Reiche, ja? Ja. 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 Ich glaube, wir müssen mal alle aussteigen, weil wir hier nicht sind. Das ist super. Dann dürfen wir mal hier wieder ansteigen, wenn wir zurück wollen. Dann können wir noch mal ein schönes Rufen machen. Genau.